Hallo, guten Morgen meine liebe Freunde und Freundinnen. Ja, heute bin ich ein bisschen spät dran. Man, bin ich spät dran. Hab mich verschläuft. Ich hab mich direkt verschläuft. Das passiert mir normalerweise überhaupt nicht. Aber ich wollte gestern oben nicht einfach so schnell ins Bett und schlafe. Ich wollte spielen. Ja, meine Frau Linz hat ja gesagt, ich glaub, ich bin ein kleiner Mann. Hat sie gesagt zu mir? Ja, weil ich einfach Kerou genannt. Da hat sie gesagt, wenn du jetzt Kerou gibst, schmeiß ich dich aus dem Schlafzimmer. Hat sie gesagt. Also gut. Okay, jedenfalls bin ich heute Morgen nicht so richtig rausgekommen. Deshalb sind wir heute Morgen so spät dran. Und dabei muss ich mich beeilen jetzt. Ja, weil mein Finnelein ist unterwegs. Mein Zwillingsbruder. Ja, mit seinem Fraule. Die kommen uns besuchen. Die sind dann für zwei, drei, vier da doch. Ja. Ja, und dann hab ich dann so lange, hab ich die Finneleinart zum Spielen. Oh, das gibt der Gaudi. Da sind wir hier mit vier Hunden in einem Haus. Haha. Ja, da geht es hier unten. Meine Lerbe. Und wenn dann noch der Hulk und der Baluch und die Bluse zukommen, du, das wär aber eine Hundekindergarte hier. Oh, weio. Da könnte man vielleicht viele Sachen anstellen. Aber gut, wir gehen ja beobachtet. Verstehe ich? Wir stehen ja unter Beobachtung. Ja. Und bestimmt im Finnelein sein. Frau Linke hat Angst, dass wir vielleicht im Finnelein wehtun. Weil wir so viele sind. Und er hier dann Einzelgänger. Obwohl, ich helfe dem. Ich helfe dem. Da passiert überhaupt nichts. Äh. Ich verrate euch morgen, wie das hier abgeht. Also, Freunde. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, schilliger Samstag. Bis dann. Tschüss. Euer Mokli mit die weiße Sonne.